Wir haben jetzt schon keine Chance. Es geht nur um die Kills, Leute, okay? Okay, Leute, wenn jetzt... Ich wollte ja grad sagen, wenn Waray Tower kommt, sind wir gefickt. Das ist sowas von... Wir werden sich so'n Arsch ablachen. Jetzt gehe ich jetzt, okay. Das wär's, das wär richtig kacke. Tryhard, okay, Leute, wir tryharden auch mit unseren Main-Wappen. Hab einen. Ja, ja, durch Blase zählt nicht. Ja, haltet's. Ja, ist doch so. Oder? Nicht genug Range machen, ne? Ja, das ist ja zu Aids. Bin tot, Carbon. Oh, der Bast! Ach so, ne, der hat so leck. Ich dachte schon, der hat mich gepostet. Verreckt doch, du Pisser! Ja. Habt ihr Intertext? Hab Raymaker? Ja, ja, ja. Wie schnell poppt diese Waffe dem Blase? Bitteschön. Nice. Go, go, Power Rangers! Ab ein! Meiner, 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 meiner! Nein! Go, go, Power Rangers! Nein! What the fuck! What the fuck? Was ist grad passiert? Ich hätt's fast geschafft, Mann! Push die Scheiße! Nein! Oh mein Gott! Komm, Chris, schieß drauf! Ich bin tot! Warum bist du tot? Machst du was drauf! Oh, sorry! Erst noch das Good Beacon! Chris, überlebe! Ach, glaub ich nicht, dass du uns überlebst! I'm on the way! Alter, die Tryhasen wahrscheinlich, sonst wird's uns fast K.O. Jungs, ihr wisst nicht, wie geil der Push grade war! Der war übelst gut, dann hast du's alles allein gemacht, oder? Ja! Ich geh auf... Ich geh auf der... Power Rangers! Aktiviert! Samurai! Nein, du Missgeburt von Sniper! Kann den mal jemand töten! Schaut euch mal das an, Leute! Kommt! Ja, ich hab's! Ich hab's! Also, Leute, das ist schon erbärmlich von den Gegend! Ja, die hatten... Das war ein S-Plus-Klan, ey! Ein S-Plus-Klan wurde von drei Leuten mit Asperse auf dem Range immer ledig. Und keiner von uns mehr... Also wer war besser? Oh, Mann! Oh, wer hat gecarried? Nein, Eike! Ja, Mann! Wer hat hier gecarried? Ja, Mann! Ja, Mann! Wer hat den Raymaker die ganze Zeit hochgebracht? Ach, richtig? Ich war's! Und wer hat... Und wer hat Raymaker... Wer hat die Gegner K.O.s? Ich! Du hast ihn bei meiner Vorarbeit bei eins gegrabt und draufgehauen! Respekt, Max! Ich hätt nie erwartet von dir, dass du einen Meter mit diesem dreckigen Golfe schallt! Also ich mein, das schafft nicht mal irgendjemand von NSDC... Also wenn es jemand schafft, einen Meter einen Golfe zu bewegen, dann bitte schickt mir ein Video rein! Schickt mir einen Link! Ich werd euch direkt ins Team aufnehmen! Einen Meter ist mir viel zu krass! Jungs, Respekt! Wirklich! Ein neuer Weltrekord! Nehmt euch mal einen Applaus! Max, es geht total ab, ey! Aume, Max! Atmen! Ich glaub, er verschluckt grad das Mikrofon, ey! Oh, mein Gott! Oh, Scheiße! Oh, Gott! Okay, ich bin wieder da! Oh, ich muss bei mir das Fenster aufmachen! Ich brauch frische Luft! Oh! Oh! Oh!